ist die tecke vertreten kreis die friedenswitter ein kanzler sich schnell leise sprang er hat genau die hat auch so ein plünderer spür sind im umkreis von 24 metern diese kisten die schwarze kreatur aus nacht und nebel franz wir warten noch auf dich er hat überlegt wenn ich spielten sagen es wäre ich gar nicht sicher doch hier oft hat gut heute hat bisher er er zeigt auf die auf den typen wo er kommt kann ja auch ganz gut kämpfen wenn er den anderen folg mit hat ich bei derzeit wenn ich verletzt werden kann kärgert den märk oder hier durch wenn ich halt haben wir gar nicht mehr spielen wo ist es auch schaffen soweit ich weiß verliert also weniger lag müsste ist drinnen das heißt er sieht uns besser aber wir sehen ihn auch um das dicken feiten es ist aber ich weiß es nicht trapper sind wir auch gegen trapper ja ich sehe es gegen fallensteller ich hatte ehrlich den vorgespielt hat das sind zwei leute einfach sind durch meine fallen gelaufen die sind aber da nicht mit dem fuß drin hängen geblieben sie konnten einfach durchlaufen das ist glaube ich wenn es denn das kann ja von diesem bild sein das können ja nicht erwähnt es ist laut werden der deutsche panzer eben das war die das war der komische anführer gut nee das war dieser der hier dieser asiate war das chineser tap oder was ich hatte natürlich bei mir treffen wir uns irgendwann bei mir wo bist du in der ecke und ich sehe von hier den alten amerikanischen schulboss ich weiß wo du das warte ich sehe ist seine front halt nur ich weiß ich sehe ihn Ich hab's jetzt schon ein Drittel. Alter, der Typ ist absolut dumm, den kann man auch irgendwie machen. Ich bin grad an dir vorbeigelaufen. Kommst du mit zu mir wegen dem Generator? Er ist schon fast bei der Hälfte. Ja, jetzt ist er bei der Hälfte der Generator. Ich bin grad an, ich wollte an den Namen. Ist das alte Haus frei? Ja, ich bin grad an dem alten Haus dabei. Ja, ich bin grad an dem alten Haus dabei. Ja, dann würde ich gleich, wenn ich mit dem Generator fahrt. Ich hab da reingehen wegen den alten Hälften. Das hat einfach voll verkackt. Meinst du, 3,4? Meinst du, es ist schon 80 Prozent ungefähr... Oh, das ist verübelst knapp. Oh nein. Was ist das? Das ist alles. Ah, gut, das war nur kurz. Ich glaub, ja, der reint die ganze Zeit in Einschüß. Ja, ich hab' ihn grad gesehen. Die Sitzel war beim Schuh. Gertig. Nein. Komm jetzt mal aus dem Klappen und gerade. Ja, da war' ich, dass die Kiste bekann. Ich hab' ihn grad gesehen. Der Schlute kommt die Kiste. Oh nein, er kommt. Jawoll! Grün noch. Raus, raus, raus. Der läuft hier unterher. Ah! Ja, ich hab' ihn wieder raus. Ey, wenn ich rauskomme, ich hab' einen grünen Reparaturkasten. Ja, ich hab' ihn wieder rauskriegen. Er hat ihn wieder. Ja, ich hatte das immer, wenn die... ...ding so'n scheiß Türpapierer. Ich hab' ihn wieder rauskriegen. Er kommt mir gerade über die Schuhe. Ja, der ist halt so. Entschuldigung. Ich bin am Haken. Ja, ich hatte das nicht zu. Ja, ich hatte das nicht so. Er macht vertreten, Alter. Sein Zeichen, lacht ihr. Ohrensohn. Das macht nur immer als Falsch. Und ihr kennt dazu noch? die ja der 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 kommt der der ich weiß ich hab ihn getötet Er ist in seiner eigenen Scheiße was er gestattet Idiot Jawoll dann muss er jetzt erst ein bisschen aufsteuern Hat er schon Lauf Ist noch ein bisschen zu noch Er kommt wieder alter ich hatte ihn schon Junge er ist so ein skilllose Kämpfer Gerne mach ich mal gerne was machen Ja Ja aber ich hab sie gewert, hab sie mich gezerrt Ich hörte nur wie sie mal trattiert wird Ja kein Fall, irgendwas am Abend zu machen Oh und so, ne ich spiel nicht spiel Aber warte eben, jetzt hab ich schon unglaublich Das hab ich schon in den ersten zwei Runden wo ich als Kinder mal gespielt hab, das ist aber schon übelst lange her Also ganz ehrlich, das ist einfach... Ja das ist einfach ein bisschen süßfach Ja das ist einfach ein bisschen süßfach Wir können ihn halt da nicht genug freien Man kann eigentlich nur Generatoren machen Das klingt aber auch nicht viel Weil der dann einen nach dem anderen auseinander nimmt Oh kacke, er kommt hier hinterher gerannt So Guckst du grad zu? Nein, ich guck gerade zu Nein, ich guck gerade zu Wir sind hier generatoren Ach so, ein ganz normaler Kämpfer Er ist beim Chap, beim Detective Ja, Detective Ja, Detective ist so klar Weitermachen Ich bin jetzt das Werk zurück Ich bin jetzt das Werk zurück Ich seh's grad Der andere variiert auch grad Der andere variiert auch grad Und Struggle 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 Und Struggle Gleich ist die Falle Ja, und sie ist raus Als ob sie es rausgeschafft hat Wir haben drei Versuche gebrochen Aber sie hat es geschafft Ey, der wird den einen wieder abkämpfen Stopp Du guckst grad Dreh dich mal Danke Ja, der Cat wieder Mach jetzt weiter Dann haben sie versucht zu entkommen Die andere hat sich selber geheilt Und Die geht jetzt zu dem Haus Zum Großen Die ist gleich neben dir, Franz Da raus, ja Da hinten läuft's noch Da hinten sind noch Generatoren Der andere kämpft ihn ab, oder? Ja, der ist schon drauf Mach einen Generator auf Da hinten ist nicht eher gut Ein Foto, das ist ja Gibt's noch Punkte Da ist ein Generator bei der andere Kann man die Leute dafür dann eigentlich auch melden? Weiß nicht Muss man mal gucken Wo ist die andere? Die ist gleich bei den Typen dran Geh einfach geradeaus weiter Da hinten ist er noch Generator Der hat den gleich, der kämpft uns auch den Rest nicht mehr an So, da oben steht auch Siehst du doch, Frau steht auch Von einer Spitze Die Sache ist Äh, er kracht halt nicht mal mit der Taktik Da droht es, wo man sich mehr kämpft Kann nicht Er geht zu dir Nice Das ist meiner, ja Ja Der ist in 30 Meter von dir entfernt Der ist was hier Befass uns Der ist da hinten bei der Tür Hm, ich hab's gesehen Der jagt Nee, nicht die Maggie Doch, er jagt die Maggie Gut, dann mach ich den Generator Der hat sich an der Maggie dran Die versteckt sich aber Warte Ich glaub, er kommt zu dir wieder Wenn dieses rote Symbol Nee Er ist in der Ecke Er ist ja noch 30 Meter mehr Okay, Generator ist Hälfte Die Maggie ist im Haus Er kommt zu dir, ja Er kommt aus dem Haus raus So weit ich sehe Nee, der läuft da hinten rum Hm, ich sehe noch So weit ich wieder an der Maggie dran Das kannst du weitermachen Ja, sie ist erst wieder an der Maggie dran Warte Der Generator ist fast fertig Ich weiß, ich sehe es Äh, die Tür Weißt du, wie die nächste Tür ist? Ja, ich glaub da hinten war die Tür Ja, ich glaub da hinten war die Tür Ja, gelb, wenn Dahinter, dahinter, dahinter Weil der Tür aufgehangen wurde Ich war eine Tür Die Maggie ist auch an einer dran Ja, beim gelben Schulbus ist das Ja, beim gelben Schulbus ist das Ja, beim gelben Schulbus ist das Die Maggie ist sogar beim gelben Schulbus Ja, weil der Killer da auch sein Die Maggie ist auch Das ist die Tür Ja, da, die macht die auch, die ist äh beim Viertel Da kommt sie, nach vorne ist sie gleich Die Maggie hat sie auch gemacht Einfach durch. Mach ich ja. Du und der andere sind ja sowieso tot. Ich weiß nicht. Siehst du, jetzt hast du deinen Kasten noch. Ja, noch die Punkte Farben. Ach, du hast die gehört. Ach, die ist doch nicht raus. Ja. Geil. Errungenschaft angeschlagen. Ja. Ja, jetzt sieht sie auch raus. Das war gute Zusammenarbeit. Sie hat ihn die ganze Zeit abgelenkt. Und dann, als ihr Koffer hat, das Tor... Ja, der Mann hat sich nicht gefunden. Ja, der Mann hat sich nicht gefunden.